Die Mädchen ist sicher nicht so nervös, den Bibliothek zu sehen. Sie haben jetzt was Sie brauchen, um den Bibliothek zu erheben. Ich sage Ihnen, Sie zurück zu der Bibliothek. Seine Büro ist auf dem zweiten Fluss. Mist, wie viel... Ich muss die Dinger abschalten, damit sie hier vorwärts kommt. Ah, wo geht's hier hin? Gott. Ja, ich weiß, wir müssen zurück, aber... Hm. Das Archiv ist schon interessant, aber vielleicht muss ich tatsächlich erst dorthin. Ja, alles klar, wir gehen wieder zurück. Beruhig dich wieder, Kugel. Wir sind weg. Was? Oh Gott, versteck dich! Es war verdammt nah. Den zweiten Stock vielleicht also... Nein, stopp! Oh! Oh! Lauf! Verdammt! Besprüh! Sehr gut! Mist! Wohin? Wir müssen in den zweiten Stock, aber... Nein, Moment! Was hat er gesagt? Doch! Tatsächlich! Wir müssen nämlich hier wieder hin. Okay, alles klar. Hope! Renn! Schneller, 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 schneller. Bevor der wieder zu sich kommt. Ich mach die Tür auf. Und du rennst durch die Tür. So schnell wie möglich. Los, 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 los! Ich wusste es. Er ist tot. Gut. Der Direktor hat ihn erledigt. You're making it up! Stop it! Stop it! Beruhig dich, Hope. Was war das? Ein Vogel? Tatsächlich! Ein kleiner Vogel! Es ist okay. Es ist okay. Stopp! 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 I shouldn't watch this! The girl activated a video that appears to have been recorded only moments ago. I presume it relates to the dead librarian. It's important that we determine what happened. Yeah. However, she's not accustomed to witnessing violence. It's difficult to anticipate how it will affect her. Mit Hope schauen oder alleine? Besser alleine schauen. Ich wusste es dass er es war. Hiろ, Deringer! To what do I owe this pleasure? Good book! It is a classic. Not just a classic. I mean, it's actually good. I'll... How can I help you? Why does this guy Edmond Dantes... Dante! Dante, right Why does this guy tell Maximilian that his girl is dead? For revenge No, Maximilian's his friend Yes, you are, you're right, of course Damn it, man, you have read this, haven't you? Of course, yes No, I mean, it has been a while Why does Dante put his friend through so much misery? I think the point is to teach a lesson You cannot know happiness unless you have been exposed to tragedy Can't know hope without despair I believe that is it, yes It's kind of like the pre-cows They don't know up from down, good from bad They got no perspective because they don't have a clue about the outside Or do they? This is an intriguing intellectual exercise, Derringer But it is late and I... Why did you give the kids the poison manifesto? I, I, I did not What do you do in that hidden room downstairs? What room? Think we can't hear that god-awful music bleeding through the walls I, I, I just, I just read and... Read in Sega's trash! I haven't seen it, yes, but, but I, I would never act on a human spire against us No, you were planning to help the children escape No, Derringer, I... Der Ranger hat ihn umgebracht, ich wusste es Deswegen, es ist erledigt Die What happened? Du guckst das besser nicht an Du hast dich schon genug aufgeregt Okay Haben wir hier noch irgendetwas? Nein? Wir wissen auf jeden Fall, wer ihn jetzt umgebracht hat Aber warum? Hier gibt's nichts zu holen Senor Octavo? Momentum Buenos dias You Senor Octavo? Si, I am Luis Octavo, yes My name's Quinn Derringer My employer contacted you Yes, of course The mystery man who pays me twice what I ask Did he receive the books yet? He did And he thanks you He'd like to thank you personally Of course, tell him to come in at any time He's not in Buenos Aires Is your passport in order? My passport? What is this about? My employer has some more work for you Mystery man? What sort of work? That's the mystery Well, where would I go? Oh, impossible I cannot close my shop My employer thinks you can He'll pay whatever you ask He doesn't even know my price But he knows you have one You got a number in your head, Senor? I do Good, double it Where's your passport at? No, 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 wait, wait a minute How long will I be gone? Just a few days I promise I promise Hmm And after a few days It's been months And now he's dead Huh, where are we going now? We have to find something We have to find something Something we have to find But what? Ah What have you got? What? That book I'll take this What will Cooper again? I'm a little relieved you chose not to show that video to the girl Good Still, it feels a bit like censorship, keeping it from her Yeah, but she had schon bitterly geweint as she had found her Hmm? What is that for a book? Where is that book at all? I'll show you the cassette If you find a cassette player Perhaps you could hear what is on it I remember seeing an old boombox When we ransacked one of Zegers Eidour What? Uninteressant Hmm Good We have the book And now? I don't know Hmm Aha We have to go back And put the book somewhere Einfügen Na dann Ich zieh weg Nimm doch die Tür Moment mal Aha Dear Senior Octavo Thank you so very much for giving me a copy of Labyrinths by Borgia Each of the stories was fascinating I especially enjoyed the one called The Library of Babel It made me think of you Surrounded by all those books Overwhelmed with the infinite number of ideas they contain And left wondering which books contain the truth And which are false Is it true you knew Borgia and discussed literature with him? If so I am positively envious Thank you again for the stimulating read Your friend 390H Hmm A brief from Hope Hmm Okay Will dir noch ganz kurz das Buch hier What's yours is mine Was? This is just a film Pain is best read as a comedian librarian For pain Constitutions come from rights Charters create chaos And monarchs require oversight against corruption From all whose interests fall short of the state's well-being We are beyond constitutions Charters Even monarchs We are communication itself These so-called rights of man Must not radicalize anyone into thinking otherwise Okay Jetzt müssen wir raus Und als erstes Bevor wir rausgehen Schaue ich mal ob die Luft überhaupt rein ist da draußen Na Ja natürlich Gibt's nichts Hier ist aber auch Moment Hier liegt irgendwas Bestimmt wieder ein Spray No sign of a girl Look Pepperspray Verdammt hat er mich gehört Glaubt nicht Mhm Gut Und raus Unser Typ da drüben Der das Pepperspray ins Gesicht gekriegt hat Hat sich wohl schon beruhigt Wir könnten den jetzt umknocken Aber lieber nicht Am besten ist es Wenn er jetzt einfach Nichts geht Komm 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 Beeil dich Beeil dich Beeil dich Beeil dich Gutes Mädchen Wir müssen jetzt wieder runter Oh schau Komm mal auch rein Was ist das? Ah Hier kann man Und los Was ist denn der schwer gepanzert? Und schon wieder Das Telefon Da ist Musik Von behind The first floor Bookcase Derringer Accused The Librarian Of having A secret room Could it be Behind the bookcase Ja Aber da unten ist alles voll Mit Wachen Lass mich doch erstmal gucken Hier alles Ach du Scheiße Glaser Oh ein Deutscher Der hat ein Tinnitus Nomophobie Ah ja Entführung Vergehen vor Gericht Hat mal wieder ein Game dabei Das Ding hier Öffnet Oh Hol das Oh You found me a good spot Shit Schnell I should be safe here Huh Glück Oder auch nicht No use hiding Oh Gott sei Dank Nein, nein, nein Mach bloß nicht auf Das war aber knapp Hm Jetzt Der zweite Taser Das ist ein Taser Was? Over there Oh, schnell Ab nach unten Ach du Scheiße Hier ist alles voll Ich brauch ein schnelles Versteck Für dich Irgendwo Komm Gute Idee Gut Ja Genau Achso Wenn du jetzt reinläutst Dann ist deine Batterie gleich geladen Sehr gut Willkommen zu meinem Domain Yeah Nice 875 Jetzt können wir abgehen Was wollte ich jetzt Also das habe ich erworben Erworben, erworben, erworben Und zwar Vorhersage wollte ich haben Oder was war das andere? Röntgen Nein, nein, nein Röntgen Vorhersage auf jeden Fall Wie viele Punkte habe ich? 800, stimmt Ja, gekauft Sehr schön So kann ich dann immer voraussagen Wohin die laufen Und Röntgen hole ich mir als nächstes Sorry to see you go Schmerzhafte Aufschieds Ich dachte, ich hätte es schon angeguckt Ich dachte, ich hätte es schon angeguckt Ah, man scheint nicht Alles klar Be careful Die Prisrak in diesem Teil Of the facility Are unpredictable In their rounds You never know Where they might turn up Junge, Junge Was ist hier drin? Leer Schade Aber vielleicht ist unten was Nein Okay Ich meine, ich habe ja schon genug Pfeffer So, jetzt muss ich herausfinden Welches Bücherregal Das muss ja wohl hier irgendwo sein, ne? Aha Huh? Make a wish But don't tell me what it is Or it won't come true I wish the headmaster was dead Weep Don't talk like that Zager said that someday The truth will rain down on this place And wash away all of the headmaster's lies I've never seen the rain before Zager wasn't talking about the rain He was talking about the truth I don't care about the truth I just want to know What rain feels like Hm Hm Wer ist Weep? Aha Ivan Russe Keine Angaben Ohne Vorstrafen Der Typ hat mal wirklich nichts drauf Okay Hm Wir können ihn ablenken Wo ist das Bücherregal? Wo und woher? Kommt der Zieg Wo ist das Bücherregal? Aha Zeiger's silence deafening The notorious terrorist Is quiet Scheming The arrival is just weeks away And public enemy number one Has gone radio silent If the headmaster Or overseer Or whatever name he goes by these days Plans to take a bow On the world stage He can't have a phantom Hiding in the wings Ready to sabotage His big production I shouldn't complain It's going to be one hell of a show Okay Ist das das Bücherregal? Nein Oder? Das Bücherregal ist Doch Das ist das Bücherregal Hier muss das Buch Eingeführt werden Hm Aber jetzt muss ich Hope Erstmal hier hoch kriegen Okay Der Laufweg Kann ich nicht ermitteln Oder? Ah Perfekt Okay Bücherregal Ja Nichts Ah ja Jetzt würde ich mal nicht sagen Dass hier nichts ist Was? Ach nein Verdammt nochmal Was ist hinter dieser Tür? Ah Okay Ich muss aufpassen Hier kommt der halt so durch Der nächste Weg ist Hier rüber Der zu 30% oder was? Situation ist clear Situation ist clear I've got my post secure Und rüber Und rüber This is no mere piece of paper It is an escape plan A blueprint for a key A master key Capable of unlocking any number of doors inside this facility But that is not all In the garden There is a gate to the outside world A gate to freedom This key I am told Will unlock that gate Okay Okay We have ne blau pause To dem schlüssel What's yours Is mine Der direktor hatte diesen schlüssel A blueprint for the overseer's master key The librarian suggested this key is required to escape from the facility I know of a 3D printer located in archives With this blueprint the girl can manufacture a key Okay Ein 3D Drucker Und wo genau ist der? Oh je Im Archiv Da war ich doch gerade eben Verdammt Ich muss schon wieder dorthin Aber warte mal Zum Archiv Komm ich nicht da auch da durch? Könnte ich probieren Okay erst mal entdecken Ich weiß nicht wo er bleibt Wie komm ich jetzt am schnellsten wieder ins Archiv? Hm Durch diese Tür auf jeden Fall Ich muss nur aufpassen Ja Da ist er Ich wusste es Da kommt er Okay Jetzt läuft er hier durch Und wir Verstecken uns hier Das ist ein gutes Versteck hier Gutes Mädchen Da läuft wieder seinen Weg Und wir gehen durch die Tür Verstecken uns hier Verdammt Nein Hier ist niemand Verschwinde Mist Sprühen an Sehr gut Ich glaube nicht Ich glaube nicht Wir sollten ihn wieder sprayen Nein Nicht noch mal ein spray Nein Wir klauen den Tür Das nehmen wir mit Und jetzt nicht sie weg Wir sind hoch Wir sind wieder hoch So schnell wie möglich Komm Ich muss noch mal gucken Komme ich so Karte Wenn ich jetzt oben bin Geht's ganz nach oben Ja Das geht Hoffe ich mal Na komm schon Weiter Mach nicht so lang rum Bevor der jetzt noch mehr Alarm schlägt Oh oh Ne der läuft zurück Sehr gut Komm Hope Schnell Lauf Hopp Lauf Das war aber schnell Okay Ne hier geht's ja nochmal zum Ding Nein Das war nicht sehr gut So komme ich nämlich zum Bibliothekar Ich muss aber Äh Dammt Ich muss da rüber Also wieder zurück Voll falsch gelaufen Komm Beeil dich Hopp Hopp Beeil dich Was gehört Zu spät Jetzt bin ich im Archiv